Ich traue mich gar nicht zu wiederholen, was du am Anfang gesagt hast, aber du hast gesagt, Pusten sind deine Spiele, Anne. Du wirst also jetzt spielen. Bist du bereit? Ja. Es geht um 5000 Euro jetzt schon. Ja, sag's ruhig noch mal. Ja, genau. Also komm, wir gucken wieder zu und die Frau bringt das Geld ran. So muss es sein. Brauchst du Hilfe vom Publikum? Ja! Die Kandidaten haben noch zwei Leben. Sagt ihr mir die Zeit ein bisschen so? Sagst du mir mal so 30, 20? Ich mach das. Der Tore macht immer so einen Druck. Ja, der macht das immer so spannend. Ja. Ja. 60 Sekunden hast du jetzt gleich noch und dann geht's los. Ganz ruhig. Konzentrier dich jetzt an. Das Spiel beginnt in drei, zwei, eins. Ja. Noch 50. Das Spiel wurde nicht geschafft. Die Kandidaten verlieren ein Leben. So, zur Strafe muss dein Ehemann jetzt mit wieder aufbauen. Komm. Also, Anne, jetzt hast du aber hier wirklich, das kann doch wohl nicht sein. Die fehlen in den Tischtennisbälle zu Hause. Eins deiner tollen Pustespiele und dann sowas. Also, das ist irgendwie... Ja. Mach große Klappe, die Frauen. Es könnte sein, dass diese Show keine Überlänge hat. Dann würde es direkt weitergehen. Obwohl, warte mal. Der Wayne muss ran. Der Wayne muss ran. Du hast zweimal hintereinander gespielt. Jetzt ist Schluss mit Pusten für dich, Anne. Also, Wayne. Vielleicht kommen da ja versteckte... Ich mach mir ein bisschen Sorgen, wenn ich jetzt besser pusten kann. Ja. Das wollte ich damit sagen. Das kannst du, Schatz. Wir sagen dir auch die Zeit an, ne? Das ist nicht das Problem. Aber danke. Ah, ja. Die Kandidaten haben nur noch ein Leben. Ja. Naja. Ja, wir müssen es ja wissen. Sei dir dessen bewusst, mein Schatz. Hohoho. Ich brauch ein bisschen Support gleich, ja? Das Spiel beginnt. In drei, zwei, eins. Los jetzt! Noch 40 Sekunden. Wayne, du musst Gas geben. Echt! Noch 30 Sekunden. Montage. Komm jetzt. Ja. Noch 20. Jetzt komm. Ja, schon jetzt. Schatz. Jetzt komm. Ja. 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 Ohhhh! Ihr könnt euch jetzt alle gleich mitnehmen und zu Hause noch ein bisschen üben. Also das ist ja unglaublich. Und jetzt gucken wir mal auf den Gewinnbaum. Hier. Da. Denn das war Stufe 4. 5000 Euro. Ein Leben. Ihr habt sogar noch ein Leben. Ihr seid hier das Tricksterpaar. Sagen wir mal. Bei der nächsten Stufe läuft jetzt alles gut. Dann habt ihr 10.000 Euro sicher. Für einen guten Zweck. Wayne, wir filmen gerade deinen Rücken. Ja, ich knack's gerade so. Der ist auch sehr schön. Aber von vorne siehst du tatsächlich echt... Oh, du bist richtig ins Schwitzen gekommen. Sollen wir mal die Maske rufen? Ich brauche vor allem Wasser. Ich habe überhaupt keine Flüssigkeit mehr. Er hat die Flüssigkeit verpustet. Hoffentlich hast du nicht alles verpustet. Denn es geht, wenn ihr wollt. Jetzt weiter. Jetzt erst recht. Es ist für einen guten Zweck. Und natürlich wären 5.000 Euro auch schon was. Aber wir kämpfen auf jeden Fall. Das Spiel sieht so aus. Zuckerlineal. Bei diesem Spiel hat der Kandidat das Ende eines 30 cm langen Lineals im Mund. Nun muss er auf dem anderen Ende des Lineals Zuckerwürfel aufeinander stapeln. Der Turm aus 11 Zuckerwürfeln muss für 3 Sekunden lang frei stehen. Schafft das der Kandidat nicht in 60 Sekunden oder missachtet die Regeln, verliert er ein Leben. So ihr beiden. Habt ihr das denn zu Hause geübt? Ich traue mich ja gar nicht zu fragen. Ja. Ja? Und? Ja, wir hatten genug Zucker. Zucker? Ja, wollte ich gerade sagen. Da wäre die Ausrede auch echt schwierig. Zucker hatten wir genug. Lineal hattet ihr auch? Ja, mit so einem Plastiklineal. Ich denke mal Holz ist eher leichter, oder? Ich wollte gerade sagen, das gibt nicht nach. Und wer konnte es besser? Du. Ja. Gib jetzt Gas. Ja. Die 10.000 Euro, die müsst ihr mitnehmen. Ja, will ich auch. Also jetzt schränk dich richtig an. Elf muss sie. Elf muss ich. Willst du deiner Frau noch mal irgendwas sagen, dass sie jetzt hier nichts falsch macht? Mach mich nicht nervös. Da halte ich mich dann lieber raus. Das wissen alle Verheirateten. So, ich darf schon mal abzählen, ne? Wie läuft das bei euch zu Hause? Hast du gar nichts zu melden, oder was? Natürlich. Also wenn ich weit weg bin, dann darf ich ... Ja, du bist ja selten zu Hause. Selber entscheiden. Elf. Anne, du machst das jetzt. Komm. Die Kandidaten haben nur noch ein Leben. Wow. Das Spiel beginnt in drei, zwei, eins ... Zwei ... Drei ... Drei ... Vier ... Fünf ... Sechs ... Ganz locker, hast du viel Zeit. Acht ... Ganz ruhig, du hast Zeit ohne Ende. Eins, zwei, drei ... Stimmt, ja! Eins, zwei, drei ... Guck dir den Lippen an. Guck dir das an. Guck dir das an. Guck dir das an. Ganz ehrlich? Ja, glücker als Verstand. Vielen Dank.